Hallo Kinder! Hallo! Herzlich willkommen zurück nach der Pause. Das ist Stacey, Chef und Kätzchen. Oh, das zeigen wir noch nicht. Das können Kätzchen sein. Ja, stimmt Leute. Ok, also jetzt machen wir gerade mal weiter mit Kochen. Kochen macht Spaß und nichts. Aber wir ziehen uns die Kochmüssen auch. Die wir jetzt vorher gebastelt haben. Ganz einfach, einfach zwei Blätter aneinander häften. Aber die könnt ihr auch bei uns im Online-Shop kaufen. Wie gesagt, ihr könnt uns ziemlich alles aus dem Online-Shop kaufen. Ja! Ja! Schön! Das ist ein Schuss, ich will mal mit Kätzchen. Das ist diese ganze? Nee! Das ist die Nummer zu klein. Egal, die haben wir noch. Kätzchen hat natürlich auch aus einem... ...mau, miau, miau! ...es Schäfer Kätzchen. Lass uns hier bei uns stehen. Lass uns hier bei uns stehen. Okay, ich lass uns hier stehen. Kätzchen! 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 Ist... Ist alles geplant, Kinder! Wofür hat sie läuft? Es ist... Es ist schwierig, weil einige ja so im großen Wasser kommen. Und ich habe auch keinen Krisenkopf! Ach ja! Also wir machen jetzt Kocken mit... ...Shelly und Stacy und natürlich Kätzchen! Kätzchen! Was? Was ist das Kätzchen? Was ist das Kätzchen? Oh, jetzt sind wir schon beim Thema? Ja! Wichtig! Wichtig! Aber wir sind jetzt in... ...China! Kätzchen! Oh! Mua! 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 Ich lerne euch jetzt niemand mit den Stäbchen essen kann! Darf ich die aufmachen? Die sind schon auf! Die sind schon auf! Also vorbereitet, liebe Kinder! Hier sind... ...die Stäbchen! Oh! Und die Stacey will euch mal zeigen, wie das jetzt geht! Ganz einfach! Ihr legt da unten hin! Guckst du? Und einfach hier oben hin! Guckst du! Wow! Und er könnte ja schon essen! Guck mal hier dieses... ...Schoko-Sushi auf! Schoko! Wow! Prima! So! Das habe ich euch jetzt gezeigt! Jetzt kommt die Schelle hier mit! Wir haben noch Special-Effect-Stäbchen! Wo ist noch ein anderes Special-Effect-Stäbchen? Dann wird die Stacey euch zeigen, wie man ein Special-Effect-Stäbchen ist! Auch! Hier! 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 Ein bisschen schwierig! Aber es geht! Oh mein Gott! Schön! Da könnt ihr auch bei Nacht essen! Genau! Das ist toll! Ihr habt doch unten! Okay! So! Weg mit der Kochschuf! Jetzt geht's weiter! Wir sehen jetzt ein kleines Lichtchen für euch! Und das heißt... Kätzchen! Du bist so weich und flauschig! Kätzchen! Ja! Du bist so weich und flauschig! Flauschig, flauschig, flauschig So weich und weich So weich Und wie war das jetzt? Das war toll Was war das Kettchen dazu? Wow Prima So und jetzt zum Abschluss unserer Show Ein kleines Witz Was hast du denn vorbereitet, liebe Shirley? Was fragst du mich? Mit was haben wir heute essen gelernt? A. Stäbchen Oder B. Saatbrille Die erste Wort schicken wir bitte an 666-CADWALK Die Adresse gibt es auch noch mal im Internet unter www.cadwalk.de Okay, tschüss Kinder Tschüss Tschüss